Brüder und Schwestern, das Zeitalter der Menschheit neigt sich die Winde zu. 200 Jahre später. Aha. Also es war noch erst Anfangszeit des Markers quasi, was wir da gespielt haben. Ja stimmt, genau. Es waren ja 200 Jahre. In der Zukunft gibt es ganz viele fliegende Autos. Ich wofür nur an, um dir zu sagen, dass mein Leben weitergeht. Passend auf, worauf ich abfährt. Ich liebe psychisch stabile Helden. Ja. Von seinem Plasma Cutter kann er sich auch nicht mehr trennen. Sind Sie Eisberglark? Finger weg von mir! Antworten Sie! Wer ist es? Wer zum Hacker sind Sie? Hilfen Sie ihm hoch! Hoch! Ich habe nicht viel Zeit, also werde ich mich kurz fassen. Meines Wissens sind Sie sowas wie ein Marker-Experte. Sie erschufen einen... Entscheiß erschuf ich! Die Regierung zwang sich! Und Sie haben zwei zerstört und deshalb sind wir hier! Wir haben einen Job für Sie. Nein! Nein! Damit bin ich fertig! Suchen Sie sich den Hundert für Ihr Selbstmordkommando! Haben wir. Und bevor wir den Kontakt zu ihr verloren, sagte sie, wir sollen Sie suchen. Wo ist sie? Was haben Sie ihr angetan? Wo ist sie? Unithologen sind Ihnen die in der Reporterhalle vorgekommen. Wir können Sie nicht stoppen! Hä? Uns läuft jetzt Zeit davon, wir müssen los! Sie ist ganz allein nach außen Eis. Und ich kann ihr nur helfen, wenn Sie mir helfen. Okay. Okay! Ganz ehrlich, ich hätte trotzdem keinen Bock auf den Job. Also... Er müsste es doch mittlerweile besser wissen. Ist doch irgendwie seltsam, dass Ellie sowas macht. Die war doch total angepisst damals von der ganzen Sache. Ziemlich. Kapitel 1. Jees Erwachen. Isaacs Apartment. Bist du jetzt auch da? Ich sehe deinen Namen. Ja? Du stehst draußen irgendwo. Richtig. Um Medipacks zu nutzen. Achso, mir wurde jetzt so umgegangen mit Medipacks erklärt. Okay, alles klar. Äh, was haben wir hier? Wer kommt so schnell dafür? Audio-Nachricht. Widergabe. Nachricht 33. An ruf aus Birthright Apartment. Diese Nachricht ist für die Bewohner von Apartment 16. Ihre Miete ist überfällig. Dies ist ihre letzte Benachrichtigung. Ich bin ein Messi. So, sowas ähnliches. Dann solltest du Fußball spielen gehen. Ne. Ja, das ist ein schlechter Wortwitz. Wo bist du? Wo bin ich? Du standest eben draußen. Ja, ich bin immer noch irgendwo. Wir sind Automaten. Du hast dich schon wieder verlaufen. Jetzt hör mal auf. Okay, wir haben da kommende Lichteffekte. Ich finde das Badezimmer von Isaac sehr sympathisch. Er hat sich ein bisschen gehen lassen. Okay. Macht er das nicht öfter? Also, wo ist er? Wie lange ist sie schon verschwunden? Halten Sie die Klappe und kommen Sie her. Ich erkläre es Ihnen später. Okay. Äh. Dupdi Dup. Mal gucken, wo ich so lang laufen kann. Tralala. Tralala. Ich find hier ein Medi-Pack. Oh, hi. Na, wer bist denn du? Ich bin, ich bin rot. Wir sind rot und blau, wie die ersten Pokémon Editionen. Ah, schön. Irgendwas hat sich gerade sehr grummelig hier angehört. Oder kam mir das so vor? Weiß nicht, hast du eine Waffe? Verriegelt. Ja, ich hab eine Waffe. Ich hab zwei Waffen. Ich hab auch zwei Waffen. Was ist Waffe 2? Ich weiß es nicht. Mit Select kommst du ins Menü. Oh, Menü. Rechter Waffenslot, linker Waffenslot. Kompakt Standard Maschinenpistole. Kompakt Standard Plasma Cutter. Das ist klasse. Ja, hab ich auch. Gut. Stell dich mal vor so einen Automaten. Moment, ne, wir müssen noch eins weitergehen. Hier sind die Automaten. Welchen Automaten? Da, 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 da. Wenn du dich vor das rote Licht stellst, scheint das Licht auch durch dich durch? Ja. Cool. Geile Effekte. Wow. Ich liebe es. Ähm, ja. Gut. Next Gen Spiel. Natürlich. Die Entwickler achten auf jedes noch so kleine Detail. Das Feuer scheint mal nicht durch, das finde ich gut. Äh. Wer zum Teufel sind sie denn? Äh, Skars letztes Bataillon. Norton. Captain Robert Norton. Und das ist Sergeant John Carver. Ach, Carver. Wie meinen Sie das? Was gestehen Sie daran nicht? Das gibt sonst niemanden mehr. Sieht sauer aus. Niemand mehr? Was unter Barg los ist? Wir haben einen Wagen. Achtung, Achtung, Achtung. Wir hatten einen Wagen. Moment, Moment. Drücker, Drücker. Ja, drei. Ja, gut. Ducken. Hab mich geduckt. Ach, da hinten schießen die. Pui, Pui, Kapui, Kapui. Scheint, dass man nicht zoomen kann. Ja. Ups, sorry. Platsch, Platsch. In den Wagen, in den Wagen. Komm mit. Ach, hab ich jetzt meine ganze Munition verballert? Natürlich. Oh nein. Ein Selbstmordattentäter. Das Auto. Selbst in der Zukunft ist man vor Al-Qaida nicht sicher. Ach, Onithologen. Ekelhaft. Ja. Ich muss laufen. Beide Granaten, wenn Warnsymbol zu sehen ist. Ah ja, hinter uns. Kommen die hinterher? Ich weiß nicht. Ist mir momentan egal. Ich will einfach nur leben. Ach, ii. Die sind vor uns. Leute. La, 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 la. La, 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 la. Okay, in erster Linie stellen wir aber schon mal etwas fest. Nämlich, dass es etwas total tolles jetzt gibt in Dead Space. Nämlich menschliche Gegner. Warum? Weil, äh, wir gegen Unitologen kämpfen. Ja, warum? Weil, das muss so. Hat denn ich doch eben einer auf mich gezielt? Ist die Spinne oder so? Ja, dann ist die Regler Stase. Das geht dich auf. Kannst du auch Stase einsetzen? Äh, anscheinend ja. Au! Ich wurde hinterrücks erschossen. Hab mich drum gekämmert. Achso. Du bist ja so toll. Ich mein, ich will grad nur mit dir um die Ecke gehen. Du kannst ruhig deine vorne rumballern wie du willst. Ich will mal gucken ob hier irgendwas liegt. Au! Warum wollen sie uns töten? Die, die wollen sie töten! Was? Verschwinden sie da und halten sie die Klappe! Mieses Arsch! Mieses Arsch! Röderbo! Äh. Mieses Arsch! Wie viel Zeit ist seit dem zweiten Teil vergangen? Das würde mich jetzt noch interessieren. Lange genug, dass Isaac ein bisschen mehr Haare bekommen hat. Und dass er sich eine eigene Wohnung suchen konnte. Drei Wochen. In einer verdammt miesen Gegend. Ja gut, aber so wie es hier aussieht, muss wahrscheinlich sogar noch an der besseren Wohnung. Hm. Das ist ja wie in China, in Resi. So. Die leben mittlerweile in China, oh mein Gott. Hier oben ist ein Licht. Ich will auch zum Licht. Oh ich bin sogar richtig gegangen, verdammt. Ist bei dir unten irgendwas wichtiges? Ne, da unten war nichts mehr. Gut. Kiste! Hinter mir her. Wir haben früher schon Marker zerstört. Eigentlich. Daher sind wir eine Bedrohung für Ihren Plan. Plan? Irgendeine Inside-Prophezeiung im Zusammenhang mit dem Marker. Die Konvergenz? Ja, Ellie meint, Sie können sie auch sagen. Sie ist verschwunden und Sie sind ihr hierher gefolgt? Ja, gehen Sie jetzt zum Dach des Wöchner-Corp-Gebäudes. So wartet ein Rettungstieg. Mittlerweile geht mir diese ganze Konvergenz-Scheiße irgendwie auf den Sack. Was ist so? Also, man sollte doch meinen, dass irgendwann wissen sie es besser, oder? Also so von wegen, ja, Marker sind böse. Da kommen immer so Monster und so, die schlitzen jeden auf. Ich weiß ja nicht, aber ist schon okay. Ja, ich habe gerade Stase eingesetzt. Wie konnte man nochmal die Ausrichtung ändern? R2, ja genau, ja. Gut. Ich habe auch Stase eingesetzt. Was ist das denn hier? Ja, ich glaube eine Werkbank. Die aber außer Dienst ist. Ich glaube, die muss mal reparieren oder so, oder? Hm, das ist möglich. Aber noch sollen die erstmal gerade ausgehen. Aber wie? Kann man hier nichts machen? Konnte man sich früher schon ducken? Im letzten Teil? Nö, aber hat glaube ich auch nie Sinn gemacht. Hm. Jetzt geht das halt. Deswegen auch das längere Draufbleiben, um den Lokalisierer zu benutzen. Ach, um sich zu lokalisieren. Ah, okay. Das macht Sinn, ja. Hallo? Hallo? Eine Frau in Nöten! Oder sie kriegt ein Kind? Wir mögen keine Frauen, oder? Äh, wo kommt der denn her? Weiß nicht, war das ein Böse? Ich weiß nicht. Ich hab ihn einfach erschossen. Es tut mir leid. Es war keine Zeit mehr, um Fragen zu stellen. Wobei, der Kerl hat doch gemeint, wir sind eh die Letzten, die übrig sind. もの der Kerl von einen Regengrund. Lop dov do dov dov... Na, 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 die- Leid eine Menge Sachen um sich zu verstecken oder so. Ich finde, Yee, liegen trotzdem verdammt wenig Sachen rum. Ja. Ich will mehr Items. Hast du schon ein Schlang-Symbol gefunden? Ich bin am suchen öğ was? die fahren ein bisschen flott ich will ja nichts sagen ich glaube fast wir müssen dahin hallo stasis station macht das wirklich sinn wenn wir jetzt ein fahrzeug verlangsamen sehr wenig sinn okay ich probiere es mal ach so und dann mal massencrash macht sinn scheiß drauf egal wer da drin soll ja jetzt muss auch keiner erfahren zuglück haben sie noch erwähnt dass es unbemannte transporte sind ich habe hier ein erfgoff artefakt was für ding ein erfgoff artefakt wo 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 ich komme wieder runter was steht da auszug aus erfgoffs ende soll ich mal versuchen vorzulesen die schutzschmer so riesig da kommen irgendwelche leute ja ich lesen derzeit oder wie hast du das damals gemacht hast du vorgelesen oder hast du einfach nur eingeblendet oder 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 weiß ich nicht kommt darauf an wie längerer text oder was das war längerer text ja wo ist meine aufzeichnung jetzt hin hallo ein text log oder wieder was ja ja ach so irgendwo hatte ich jetzt auch ein text log aufgeschnappt ich habe die dinger immer vorgelesen ja auch wenn sie mehr oder weniger interessant waren meistens auszug aus earth goffs ende also das earth goffs ende ist die überschrift der titel erst einmal earth goff offiziere dementieren gestern gerüchte die regierung sei nicht mehr in der lage die um sich greifende gewalt einzudämmen die die kolonien in den letzten wochen erfasst hatte die gewalt begann vor 16 tagen auf uxor nach einer einjährigen kampagne der church of unitology seit beginn der unitology aufstände ist der kontakt zu fünf kolonien abgebrochen es gibt gerüchte dass labore bombardiert worden sind und augenzeugen berichten von brutalen morden kurz danach schön macht hoffnung wir haben noch überfällige miete und das waren die sachen die du eben ja jetzt hatte ich genau ich habe im menü jetzt auch in die dinger gefunden auge im auge hatte ich noch gefunden persönliche aufzeichnung isaac clark wir beide haben während des albtraum auf der titan sprawl etwas von uns selbst verloren ellie verlor ein auge ja das stimmt sie hatte was verloren in der tat glücklicherweise fanden wir ein ein ersatz den wir uns leisten konnten zwar ist die farbe nicht hundertprozentig richtig aber zumindest kann sich wieder als ganzer mensch fühlen okay ich habe einen teil meiner seele verloren es gibt nichts was ich tun könnte um das verlorene zurückzubekommen ich glaube langsam dass das der grund war warum sie mich verließ die menschen wollen immer einfluss wollen immer etwas haben dass sie reparieren können aber ich bin unwiderruflich kaputt und nicht schon wieder dieses mach uns ganz gedöns guck mich kurz mal an ja ist dir das aufgefallen du bist ein geist ich kann nicht durch die ich war cool was soll ich sagen das sind ja also die bedenke die möglichkeiten was partner braucht mehr platz aber auch nicht verstanden ich habe anscheinend oben an der treppe gestanden partner braucht mehr platz hier ist eine kiste okay ist der kiste 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 munitions clip und hier sind dinge die weg klein mit dem konnten wir es noch mal einsetzen mit kreis stase park munition wurde halt direkt aus dem inventar heraus wer hat er geschossen da unten links hat sich erledigt okay die halten verdammt wenig aus ne gut ja ich sag mal wir sind auch in der zukunft da werden die waffen nicht so schwach sein der plasma cutter ist ja auch necromorph geprüft also der wird auch durch normale menschen durchkommen nehme ich an go boah ja ja wir müssen aufs dach warum liegen hier leichen rum weiß nicht im moment wiegen stase früher noch r2 zielen und dann kreis also ne beziehungsweise für für hier du meinst teleport also ja genau chinese chinese ja irgendwie kann ich das anscheinend noch nicht ich auch nicht ich wollte auch gerade so leicht manövrieren seltsam das wird so lustig wenn uns zu zweit irgendwas zuwerfen kann dredger lobby